Aber dann reicht irgendwie ein Satz zu, was ich gemacht habe. Kann man ja gerne tun, irgendwie so als Willkommens-, als Eröffnungsrunde, um sozusagen mal reinzukommen und warm zu werden. Du musst ja auch bei Filmbesprechungen, speziell wenn es um interessante, harte Themen geht, so eine gewisse, wie in einem Film, halt so eine Spannungskurve haben. Du kannst nicht einfach mit dem super Topic, was total intensiv ist, total wichtig ist, kannst nicht einfach starten, so wumm, mit dem starten wir da jetzt einmal. Da sitzt jeder dort, ist noch gar nicht angekommen und wie jetzt? Und das entscheiden wir jetzt und gehen wir. Das geht nicht. Du musst einmal ankommen, du musst einmal ein, zwei lockere Themen, die irgendwie jeder vielleicht dann durchnickt und sagt, ja, das passt, das können wir so machen, ist gut. Und dann dich einfach dem annähern und diesen Raum halt auch nützen, um ihn aufzumachen, um zu sagen, was taugt dir an unserer Zusammenarbeit? Auch so ein bisschen retrospektive Elemente einbringen. Damit sollten wir starten, damit sollten wir aufhören, das sollten wir weitermachen. Damit bringst du eine ganz neue Reflexionsebene hinein, die den Mitarbeitenden ermöglicht, frei zu sprechen, über ihre Bedürfnisse auch in gewissen Weisen zu sprechen. Wenn du mir die Arbeit so über den Tisch knallst, dann kann ich damit nichts anfangen. Ich brauche, keine Ahnung, drei Sätze dazu, wie wichtig das ist, wann das fällig ist, etc. Dinge, die wirklich aus der Arbeit heraus kommen und die Zusammenarbeit beeinflussen. Ich brauche, keine Ahnung, drei Sätze dazu, wie wichtig das fällig ist.